Hallo und herzlich willkommen auf einem weiteren Video auf meinem Kanal, schon was du hergefunden hast. Heute reden wir über Bayer Leverkusen, denn die haben sich laut übereinstimmenden Medienberichten das Teilnein Jeremy Frimpong, den Rechtsurteiliger von Celtic Glasgow, gesichert. Wer der gute Mann ist und warum er für Bayer Leverkusen momentan sehr wichtig sein kann, besprechen wir jetzt. Bevor wir in das Video rein starten, möchte ich dich noch darum bitten, falls dir dieses Video gefällt, kannst du diesem gerne einen Like da lassen, den Kanal abonnieren für mehr von solchen Content oder generell deutschsprachigen Content aus der Fußballwelt. Falls ihr irgendwelche Ideen oder irgendwelche Einprägungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare ein. Ich schaue, dass ich sie auf jeden Fall mit einbeziehe, dass wir da in Zukunft auch mehr Videos rausbringen können. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Also, wer ist Jeremy Frimpong? Der gute Herr ist 20 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung. Er kommt aus den Niederlanden, ist 1,75 groß. Und ist ein gelernter Rechtsverteidiger. Und sein Marktfeld beträgt momentan 4 Millionen Euro. Frimpong kommt aus der Jugendabteilung von Manchester City und spielte dort auch in der U23. Er dann 2019 zum schottischen Rekordmeister Celtic Glasgow kam und dort als Rechtsverteidiger eingesetzt worden war. Seine Stärkungen sind hauptsächlich seine Schnelligkeit, seinen Offensivdrang, würde ich sagen. Und er ist wirklich ein sehr passender Spieler für das Bayern-System, weil die auch einen sehr offensiven, auch sehr dominanten Spielstil an den Tag legen. Nachdem dieser Transfer laut übereinstimmenden Medienberichten schon kurz vor dem Abschluss steht, reden wir doch mal über die Möglichkeit, wie Frimpong im Bayern-System eingesetzt werden kann. Momentan hat ja Bayer Leverkusen 4 Rechtsverteidiger, was eigentlich eh sehr viel ist. Aber alle diese Rechtsverteidiger haben ein Abluftdatum, zumindest 3 davon. Santiago Arias ist nur ausgeliehen von Atletico Madrid, auch verletzt momentan und wird wahrscheinlich zurückkehren aus seiner Laie. Lars Bender beendet seine Karriere diese Saison, also auch ein Rechtsverteidiger weniger. Und Mitchell Weiser ist auch verletzt, der momentan aber auch nie wirklich die Bayer Leverkusen-Erwartungen erfüllt hatte. Deswegen ist ein neuer, frischer Frimpong natürlich Balsam für die Seele eines jeden Bayer Leverkusen-Fans. Denn er bringt natürlich Spritzigkeit mit, Schnelligkeit, Offensivdrang und das ist genau, was Bayer Leverkusen momentan will und braucht. Kommen wir noch zu meiner persönlichen Einschätzung. Also was man so mitbekommt von Celtic-Fans und auch von Leuten, die sich mit der Schottischen Liga auseinandersetzen, ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehr viel Offensivdrang hat, wie schon vorerwähnt, der nach vorne geht, defensiv vielleicht noch ein paar Schwächen hat. Ich habe auch einen User gesehen, der ihn ein bisschen mit einem rechtsfüßigen Alphonso Davies verglichen hat. Natürlich jetzt nicht so weit noch, aber auf jeden Fall mit dem Potenzial. Also das heißt auf jeden Fall was Gutes für Bayer und Bayer kennt sich auch sehr gut aus mit Talenten. Deswegen schätze ich da auch mal ein, dass sie da sehr viel Scouting-Arbeit geleistet haben. Ich glaube, es kann ein guter Transfer sein. Ich glaube, auch der Marktwert ist nicht allzu hoch, also das Risiko auch sehr gering. Deswegen glaube ich, ist dieser Transfer auch sehr gut für Bayer. Was haltet ihr von diesem Transfer? Glaubt ihr, er könnte Bayer weiterhelfen? Glaubt ihr langfristig, dass er sich dort zu einem sehr guten Rechtsvertreter entwickeln kann? Falls ihr solche Meinungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Falls ihr gegenteilige Meinungen habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt sie gerne einen Like und abonniert den Kanal für mehr Fußball-Content. Und wir hören uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020